So, und willkommen zurück zu einer neuen Minecraft-Aufnahme-Session nach dem Upload-Plan. Ist heute Dienstag, ist also auch heute. Und dienstags heißt es jetzt immer Minecraft, genauso wie donnerstags und vielleicht auch freitags. Da muss ich ja immer, oder da variiere ich immer, zwischen German Drugs Humulator und Minecraft. Das hatte ich im Upload-Plan-Video nicht gesagt. Da hatte ich gesagt, dass ich, wie war denn das, glaube ich, Freitag irgendwie nichts hochlade? Oder dass ich irgendwie was anderes hochlade, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall habe ich da irgendwie ein bisschen Müll gelabert. Also jetzt die richtige Information. Montag Hauptprojekt, Dienstag Minecraft. Am Mittwoch German Truck Simulator, am Donnerstag wieder Minecraft. Und Freitag, Variationen zwischen German Truck Simulator und Minecraft. Aber wahrscheinlich werde ich da German Truck Simulator nehmen, dass wir dann zwei Folgen haben. Ne, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich hatte gesagt, Freitag. Freitag kommt nochmal dann das Hauptprojekt, dass ich es halt immer montags und freitags dann halt mal ein Hauptprojekt habe. Und dazwischen kommt halt Minecraft. Zwei Folgen Minecraft und eine Folge nur German Truck Simulator, weil ich halt meine. Minecraft schauen halt ein paar mehr Leute. Jetzt nicht auf mich bezogen. Würde ich mich auch freuen. Aber ich glaube so im Allgemeinen schon doch mehr Leute gerne Minecraft, habe ich so das gefühlt, als German Truck Simulator. Ja und ihr hört es, ihr hört es leider nicht. Leider dieses Mal ohne Playlist, weil ich da noch ein bisschen was umstellen muss, weil ich auch wieder noch ein paar neue Beats dazu packen will. Dafür aber mit den Soundtracks oder mit den Geräuschen von Minecraft und die Musik kommt dann auch irgendwann dazu. Also, wir haben die vierte Tribüne, haben wir fertig gebaut. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Details, wenn ich mal so sagen darf. Die Details. Und da ich gerade sowieso nichts hochladen kann, weil ich wieder keine Internetverbindung habe, wie so oft, keine Ahnung, ich bin echt froh, wenn ich da den neuen PC habe, dann bin ich endlich mal komplett verbunden mit dem Haus WLAN. Weil es ist dann blöd, wenn du dann so Videos hast und du kannst nichts hochladen, dann musst du dich immer so, äh, was weiß ich, beschäftigen oder so. Und da heute Dienstag ist, kann man das mal machen. So. Dann, 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 dann. Oh Gott, bestimmt werde ich eh wieder hier ein paar Probleme kriegen. Wie so häufig, ist ja nichts Neues. So. Eins, zwei, drei. So, ihr könnt auch schon irgendwas wieder nicht hinschweren. Ja, ist ja klar, was ihr fehlt. Ah. Und dann hoffe ich auch in Zukunft dann bei meinem neuen PC euch auch Minecraft in HD zeigen zu können, weil, ich weiß nicht, mein PC hatte irgendwie immer Probleme. Was heißt PC? Mein Laptop hatte dann irgendwie die Probleme, immer das in HD hochzuladen. Also, wenn ich das dann in HD gerendert habe, ähm, dann, ähm, hat das nicht, oder, dann hat es halt hochgeladen, aber es hat irgendwie, jedes Mal nach ungefähr 60% Upload oder 70% Upload irgendwie mal angefangen, oder hat's, oder der Upload wurde dann abgebrochen, hatte ich auch irgendwann dann keinen Bock mehr. Da hab ich mir gedacht, ich zeig's euch lieber in einer, in 360p und nicht in HD, dass ihr wenigstens die Folgen sehen könnt. Aber in Zukunft dann auf meinem neuen PC werdet ihr auch Minecraft in HD hautnah erleben können. Ist so realistisch, als ob ihr selber da wärt. So. Da ist doch jetzt schon wieder scheiße. Ja, vielleicht nochmal kurzer Rückblick zum letzten Part, oder zur letzten Aufnahmesession, da hatten ja nicht genug Pflastersteine mussten in die Höhle. Wahrscheinlich werden die Pflastersteine hier auch nicht ausreichen. Logische Folge. Oder die logische Schlussfolgerung daraus, wir müssen leider nochmal in unsere Höhle. Aber wir haben ja noch... Na, ein 64er Stick haben wir ja noch. So, und so, und so. Jetzt haben wir sogar ein 55er Stick und ein 64er Stick. So, das haben wir soweit fertig. Das guck ich jetzt mal gerade aus dem Augenwinkel raus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Muss ich's grad nochmal da hinten vergleichen, weil da haut bestimmt wieder irgendwas nicht hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Doch, passt. Super. Passt perfekt. Passt perfekt. Warum sieht er denn da so merkwürdig aus? Nein! Da wollte ich nicht hin. Aber warum sieht denn das so dunkel aus? Wenn ich da eine Fackel hinbaue? Dann ist er doch auf einmal wieder hell. Hm. Wahrscheinlich die neuen Bugfixes, die weg sind. Aber irgendwie sieht das... Guck mal, da hab ich zugebaut. Und da hab ich dann nicht zugebaut. Das muss ja... Ah, weißt du doch warum? Weil ich das... Ein zu weit hierher gebaut hab. Ich hätte das noch... Weiter nach hinten. Da, nach hinten bauen müssen. Was ist jetzt los? Mehr dunkle Steine? So mach ich hier erstmal hin, dass das weg ist. Und wir begeben uns wieder auf... Aua! Auf die andere Seite. Wie schon gesagt, sieht schon scheiße aus. Kann man nicht... Nicht anders sagen. Weißt du, wenn ich schon mal gerade hier dabei bin, baue ich das hier mal zu. Muss ich da hinten auch noch machen. Da nicht. Da hinten muss ich das dann noch machen. Kann ich hier schon mal zubauen. So, das ist hier immer so ein bisschen... Ja, da kannst du nicht viel erzählen. Ich hätte mal wieder ein paar Themen raussuchen müssen, aber da kannst du irgendwie nicht viel erzählen. Da muss ich noch gucken nach Schafen. Da hab ich ja im letzten Part vergebens gesucht. Diese scheiß Schafe gibt's ja nirgendwo. Das ist aber auch nirgendwo Schafe sein. Oder sind er, wenn ich mal hier irgendwo bauen will. Wenn ich ne Welt er... Oder wenn ich ne Welt mache, offline. Oder wenn ich halt nicht aufnehme. Und dann da ne Welt eröffne. Dann, äh... Sind immer Millionen Schafe da... Kann ich aber flöten. Und hier kriegst du keine Schafe. Jedes Tier, was ich nicht brauchen kann, ist da. Schweine gibt's. Kühe gibt's. Hühner gibt's. Schafe gibt's. Nicht. Zack. Hüpp. Und hüpp. Und hüpp. Und hüpp. Und hüpp. Ich hab' gesagt. Hüpp. Scheiße. So. Zack. Ganz provisorisch mit dem Stein. So. Lass mal gucken. Sieht kacke aus. Nein. Ähm... Ja. Ist zwar nicht... Wenn ich jetzt hier so gucke... Pi mal Daumen mit meiner Brille... Äh... Das ist... Ähm... Oder was... Was das ist... Was weiß ich... Hier ist... Hier ist so hell... Und dann wird es nach innen hin... Immer dunkler. Krass. Okay, das war jetzt von... Evitor abgeguckt. Das will ich ja nicht schwer niemandem nachmachen. Aber die ist halt gerade so gut gepasst, weil... Schon komisch, ne? Hier ist so hell... Und nach innen hin geht's... Immer dunkler. Vielleicht ist das jetzt... So neu in der 1.32er-Version. Hab' ich vorher noch nie so gesehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Toll. Ein Stack ist schon leck. 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 Nein, leck. Ist schon weg. Ist schon weg. Äh... So. Einfach mir ne Fackel hin. Ich seh' sonst nichts. Guck. Schaut mal. Hier ist heller und da unten ist dunkler. Ja. Vielleicht haben die Schweden das so gewollt. In diesem Spiel. Nein, das haben die Schweden ganz bestimmt nicht gewollt. So. Dann geh' ich mal ganz kurz pennen. Perfekter Logenplatz hier. Bist du direkt mittendrin statt nur dabei. Im Spiel dann. Mittendrin statt nur dabei. So. Die Seiten sind fertig. Alle fern fehlten das Glasdach. Mein gewünschtes Glasdach fehlt. Und dann fehlt noch. Die Tore. Wie gesagt. Mittellinie. Fangnetze noch so ein paar Details. Die Trainerbänke dann noch. Aber das kommt später. Ich möchte jetzt erst mal das hier fertig kriegen. So den Grundriss vom Stadion. Ich meine es gibt bessere Stadien. Gar keine Frage. Weiß ich selber. Aber. Man weiß hoffentlich was es sein soll. Ein Luxusproblem auf höchster Ebene. So. So. Dann da oben wieder. Häpp. Ich wollte gar nichts mehr. Ich wollte nur eins. Alter. Ich habe immer Schiss. Wenn ich hier irgendwo so Schritte höre. Die kommen gar nicht von mir. Sondern irgendwie von einem Creeper oder so. Ja vom Creeper oder so. Aber ich habe die Monster ja noch halbwegs ausgestellt. So. Einmal. Da. Und einmal da. Und damit. Wären wir glaube ich fertig. Ein Freudentanz. Ein zu früher Freudentanz. Mal gucken. Mal schauen. Ah. So. Schauen wir mal. Ähm. Bestimmt noch nicht. Wir sind bestimmt noch nicht fertig. Bestimmt muss ich wieder irgendwo was verbessern. Oder. Nee. Eigentlich nicht. Eigentlich sind wir fertig. Juhu. Endlich sind wir fertig. Ja. Freudentanz. Im Kopf. In der Seele. Suppi. Aua. So. Sind wir fertig. Jo. So. Sind wir soweit durch? 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 Das. Erinnert mich so an. Meine Schulzeit. Vielleicht kann ich ja ein bisschen über meine Schulzeit in dem Part bisschen erzählen. Also wir hatten wirklich. In der Zehnten. Oh Gott. Voll lange her. Letztes Jahr oder so. Wett kann weg. Ähm. Ja. Was wollte ich erzählen? Also wir hatten so wirklich zwei Lehrer. Die waren total. Die besten Lehrer, die ich je gehabt habe. Der. Ein hieß glaube ich Rainer. Rainer Novrat. Und der. Andere hieß Bernd Uwe. Bernd Uwe Harbekos. Haha. Und das waren die geilsten Lehrer. Da war der. Also der. Rainer. Ching. Hier muss irgendeine Höhle sein. Der hieß Rainer auf jeden Fall. Und dann. Och. Der beste Lehrer. Besten Sprüche. Und der hat dann immer so langweilig so geredet. So als ob er gar keinen Bock hätte auf uns. Der ist dann auch. Immer wenn wir. Oder wenn er dann bei uns. Unterricht gehabt hat. Gehabt hat. Glaubt hat. Dann. Da hat er immer keinen Bock. Da hast du schon von Weiden gehört. Wir haben mit seinen. Füßen über den Boden. Geschleift ist. Ja wo ist es denn immer. Ah. Jetzt kommt Rainer. Und ich habe keine Lore dabei. Ah. Jetzt kommt Rainer. Ja.